das heißt noch mehr fünf minuten vollkommen nutzlos ich habe ja nicht schon 25 minuten vollkommen nutzlos da ich unbedingt nicht noch mal die münzen einsammeln will und ich jetzt viel habe das ist ja nicht sehr viele münzen gibt muss ich halt noch ein erneutes mal alle münzen einsammeln ist es nicht toll ich ahne schon ihr habt genauso viel spaß dabei wie ich wenn ich hier jedes mal dieselbe scheiße machen schon zum dritten mal so aber ich glaube ich kann jetzt sicher sagen dass hier nur die münzen die auf dem boden die drei und diese ringe da sind 21 hier waren noch drei ringe ich bin doch nicht blöd wo ist der dritte münzring ach da vorne ich dachte ich hätte schon den äußersten eingesammelt oder äußerste ist das da hinten so na ausgerechnet unten und oben noch okay alle hätte ich und jetzt geht's ab ich bin echt überlegen ich habe dass ich diese dass ich unter wasser was greifen kann das ist das irritiert mich gerade total hätte ich damit vielleicht diesen einen stern aus der wasserwelt am anfang er hat geschoss hätte ich ihn dafür leicht leichter kriegen können mich einfach versucht hätte zu greifen ich das dann hieße oh ja du kannst greifen jetzt hast du den stern da dafür von dem fisch weggegriffen wahrscheinlich wäre das die einfache möglichkeit gewesen hier ist natürlich nichts drin und irgendeiner die mussten mussten was drin ich glaube da war eine scuba stellt drin oder sowas auf jeden fall sind hier minzen auf dem boden hier möchte ich doch dann haben so gab es ja nicht doch irgendwo welche in der luft mir was würde richtig viel rumschwimmen weil man die ja nicht sieht auf die kurze des talens auf die entfernung des talens ja wie auch immer so ich werde jetzt nicht zu nah an diese türrand schwimmen das könnt ihr vergessen ich habe es einmal erlebt das war mehr genug so okay so da sind jetzt diese stangen das sind mehr stangen das sind mehr stangen da 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 damit das sind da das ist da aber b день oder Jetzt wird mir alles klar. Klar, ist klar. So. Ähm. Ja, dort ist eine Stange. Zwei, drei. Äh, äh, äh. Was? Oh, komm schon. Also, das... Das war lächerlich. Gab's hier hinten noch irgendwas? Okay, da war noch dieses Feuerteil, ne? Ach doch, hier sind noch fünf Münzen. Hahaha. Ja, die nehme ich doch gerne mit. Na. So. Hepp. 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 So. Okay, diesmal habe ich die Stange erwischt. Und mit den Stangen ist es natürlich deutlich leichter. Da habe ich jetzt schon vier Münzen. So, wie weit geht die Stange? Bis hier hin. Okay. Hier hilft es aber nicht so viel. Außer, dass ich halt die Münzen kriege. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Alter, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das natürlich niemals so kompliziert versucht. Aber naja, vielleicht habe ich ja damit ein bisschen was, ein paar Skills geübt oder so. Ein bisschen was erreicht. Kann vielleicht den Weitsprung jetzt besser oder so. Okay. Gut. Ach, da komme ich jetzt endlich auch mal auf die Seite. Oh. Ach so. Verstehe. Das ist ja schon ein bisschen gemein. Warte mal. So. Haha. Geschafft. So. Öh, nochmal. So. Jetzt aber. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Wo auch immer das ist. Wo sind die, wo die blauen Münzen jetzt erscheinen. Das wäre richtig scheiße, wenn sie blöd erscheinen. Ach, die erscheinen alle hier. Okay. Gut. Zwölf Münzen. Eins, zwei, drei, vier. Das sind acht. Dann fehlen mir noch vier Münzen. Hä, wo soll ich die herkriegen? Scheiße. Es muss noch vier Münzen unter Wasser irgendwo geben. Aber, hä, wo, wo? Also, wo? Oder, oder sind hier in der Luft noch irgendwo welche? Oh, bitte. Das wäre richtig scheiße, wenn... Wenn ich hier wirklich, äh... ...wegen irgendwas, was ich vielleicht falsch gemacht habe, ...keine Münzen mehr kriegen könnte. Oh, oh. Ach, ja. So. Boah, ich habe echt keinen Plan, wo sonst noch die Münzen sein sollten. So, ich glaube, jetzt muss ich hier so springen. So, und jetzt ahne ich schon, was von mir verlangt wird. Ich werde trotzdem... Ich werde... Achso, ja, hier ist vorne, ist ja irgendwann auch noch eine Münze. Die werde ich mir erst mal holen. Sechste. Hepp. Okay, geschafft. Toll, den hundert Münzstern, äh, den, äh, roten Münzstern habe ich. Aber ich bin noch nicht zufrieden, bevor ich den hundert Münzstern jetzt habe. Ja. So. Da. Ich wusste es. Nein, 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 nein Weg, 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 weg. Los, komm. Ah, weg, 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 weg. Ah, ich glaube, es ist einfach besser, wenn ich jetzt gerade hier wie verrückt mesche, weil ich das Schnellschwimmen einfach nicht beherrsche. Oh, ich will nach unten versuchen, auf dem Boden wegzuschwimmen. Ja, 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 ich bin aus dem Strudel raus. Ja! Ja, ich kriege den 8-Münzstern auch noch. Danke. Oh, das war schwierig. Aber ich habe doch geahnt, dass da noch was war. Ah ja, ich muss mich ja im Wasser befinden, sonst werde ich nicht vollgeheilt. Ähm, so. Ähm. Ja, der Rest ist jetzt, äh, ein Klacks. Ich glaube, das ist sogar die, also die Welt, wo mir mal gesagt wurde, dass man auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall so ziemlich, fast alle Münzen einsammeln muss, weil es nur so bestimmte Münzen gibt. Ich denke mal, das wird die Welt gewesen sein, wo es nur 104 Münzen oder so gibt. Ich denke mal, man kriegt vielleicht, wenn man den Hai irgendwie tötet, noch, noch drei Münzen, schätze ich mal. Und die eine Münze, die ich da halt übersehen habe, dann würde es nur noch vier ergeben. Springe zu den roten Münzen. Ja! Danke! Okay. Was ist der letzte Stern? Was wird mir... Ja, ich kann mir schon denken, was von mir verlangt wird. Die sollen auch durch die anderen Ringe schwimmen. Bei dem Ding, aber... Naja. Wilde Wasser werft. Schwimm mir durch die Ringe. Ja. Wer hätte es erwartet? Oh, immerhin. Ich habe jetzt meinen absoluten Hassstern und das ist gut. So wie es ist. So. Und jetzt, äh, ja. Durch die roten Ringe schwimmen. Das heißt jetzt einfach... Äh, Quatsch, die... Was heißt hier rote Ringe? Durch die Ringe schwimmen. Ich habe halt überlegt, ob man das mit der Metallkappe machen soll, aber das geht gar nicht begehen mit der Metallkappe. So. Also, das war echt ein leichter Stern. Okay, da sollen wir eigentlich auch die Metallkappe nutzen, da ich das schwimmen immer noch nicht beherrsche. Wäre, äh, jedenfalls nicht richtig. Na toll, jetzt kann ich's. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt kann ich's. Lackt mich am Arsch. Oh, meine Fresse. Egal, ich werde trotzdem Metallkappe nutzen. So. geschoss gehen ja das heißt offensichtlich können ja noch mal kurz checken ja hier habe ich alle wilde wasserfahrt so oder wilde wasserwerft hieß es ja glaube ich nicht wilde wasserfahrt was lese ich denn für ein scheiß okay das heißt ich kann jetzt hier raus und diese treppe nach oben und jetzt hier ein klick okay wir befinden uns jetzt also im obergeschoss das heißt die letzte abschnitte des spiels und ja noch ein bisschen mehr als ein drittel der münzen der der sterne gut da hätten wir auf jeden fall hier das erste bild was offensichtlich nicht funktioniert versuchen dass man mit dem solchen sprung geht auch nicht müssen vielleicht nur mit dem dreier sprung versuchen ich weiß dass das bild ist tut mir leid ich wollte bloß mal ein bisschen scheiße bauen äh sind das nicht das sind doch die bilder von den ersten welten außer das hier das ist auch tatsächlich eine welt oder was ja das ist eine welt oh cool fliegenpilz fiasko erklär mir den berg gucken wir uns mal an keine info anfang hey leben schön versteckt da wo ich eine rote münze vermutet hätte wegen dem wüstenland gucke ich erst mal direkt immer so jetzt inzwischen so im wasser scheint erstmal nichts zu sein ja erinnerst dich noch an den rei weitsprung für den fall dass du dich nicht daran erinnerst hier da mussten benutzen um einen stern zu bekommen und das reicht nicht verdammt okay egal das krieg ich schon irgendwie hin die schneewelt ist hatten wir schon unten die bob om welt auch oh da ist ein toad hi vielen dank du hast schon so viele sterne gesammelt und bausern ein höheres stockwerk verband wusstest du eigentlich dass du in jeder welt ein geheimchen ja wusste ich danke für diesen ultra hilfreichen tipp okay hier sind offensichtlich also zwei welten gucken wir uns mal noch ein bisschen um was ist hier eine riesengumba welt fragezeichen offensichtlich in allen ecken und enden okay sonst noch irgendwo was ich meine ich habe ja noch eine tür gesehen die da wo komme ich hier hin bin ist das ein spiegel ach lakito ist hinter mir ja die lakito cam natürlich die man nicht äh so sieht eigentlich ja hier ist tatsächlich ein spiegel und wieder verschwindet einfach bloß damit man ihn nicht beobachten kann okay hier komme ich in das bild nicht rein hier auch nicht was ist das für ein abschnitt ähm ah da ist auch noch eine versteckte welt frostbeulenfrost erklimme den kopf oh interessant mit einem kreis denn es werden manche gegner große augen machen wow also diese tipps äh der hier ja offensichtlich da 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 bam 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 ich liebe die eismusik ähm so hier ist ein stern eingefroren äh da 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 ich kann nicht singen das weiß jeder deswegen wird es eigentlich auch unterlassen das war ja richtig geil habe ich schon erwähnt das ist richtig geil war ich glaube das ist übrigens eiswasser für die hp selbst wenn ich ein land bin es war so traurig wie ich hier teilweise spiele ist schon richtig peinlich ich höre schon wieder ein pinguin und müssen münze die welchen grafik war ganz gut der pinguin muss oben sein ja da ist es wird wird hey wer ist da wer meint ich mir auf mir rumlaufen zu müssen ein eis floh oder eine schneefliege egal was es ist auf jeden fall stört es mich aber mein eis saaten wird mich eben davon befreien toll der pinguin ich dachte mit dem kann ich reden ach so ja und ich habe eine mütze verloren willi setzte mit auf du klempner ich wollte es nicht so machen und mir die lol ist etwa eine troll münze oder was sie sind das für ein was ist das für treu wenn es nicht nur eine Warte mal, was mich gerade interessiert Wer bist du denn eigentlich? Das steht auf dem Schild Wer baden möchte, sollte sich besser in wärmeren Gefilde begeben, denn hier ist es auf jeden Fall kalt Ja, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen Ich dachte, das hier wäre das Sommerparadies, aber dann habe ich mich wohl verlaufen Tut mir leid Wenn jemand mir den Weg zum Sommerparadies bitte zeigen könnte, wäre ich euch sehr dankbar Ich würde euch auch sogar kostenlos eine Tracht Prügel geben Also, das heißt natürlich, wenn es den Gegner in Mario ist Ansonsten würde ich natürlich Erwähnung im LP finden oder sowas Nein, Spaß Spring da raus Ja Ich bin so toll, ich bin so klug, ich bin der dümmste Mario-Spieler der Welt Ah, danke So Also inzwischen weiß ich ja, dass der Pinguin mich vor dem Eisatem schützt Und dass ich an dem Eisatem nicht einfach so vorbeilaufen kann Oder drüber springen oder so Nein, ich mache mich an den Pinguin praktisch Schießen lassen Schießen So Okay Okay, ich habe es geschafft, glaube ich Gut Hier so, oder? Ja Hi Und auf deinem Kopf Ich habe deinen Stern Gut, 75 Sterne Erklimme den Kopf Hätte ich abgeschlossen Ähm, ja Speichern und weiter Werden aber trotzdem erstmal nicht weitermachen Denn Und abhängig davon, dass hier eine Spiegelwand ist Werde ich jetzt Nämlich Warte mal Da fällt mir auf Ah, in der Spiegelwand ist sogar tatsächlich das Bild drin Die Schneewild Okay Ähm Ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen Man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder Und Jo Bis dahin Und Tschüss